Willkommen zurück zu Golfit mit dem Fräulein Klink und Ade vom Troll-Rudel und außerdem Rift-Dancer. Hallo! Hi! Heute haben wir ein Special für euch und zwar spielen wir die erste Map jetzt mit Kollisionen, sprich wir können uns gegenseitig wegbumsen. What? Ich bin mal den Saver-Wegs rumherumge- Ich bin mit meinem Erfenschlag an der Stange abgeprallt. Das wäre doch nicht passiert. Das passiert halt, wenn man sich gegenseitig wegbumst, da prallt man schon immer an der Stange ab. Oh, der Kamerbott. Oh, das war dumm. Oh, viel zu heftig. Oh, fuck. Danke, Chewie. Mann, ich wollte dich nicht mehr und bumse dich ans Loch. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Das kann doch wohl sein. Da ist er mit dem Paar. Da ist er mit dem Paar. Ich habe keinen Schläger mehr. Ich habe keinen Schläger mehr. Fuck, ich kann ihn nicht schlagen. Also ich gehe es jetzt gerade genau so, dass wenn ich mich bewege, dann... Ja, bumse dich noch. Vielleicht kann sie dann schlagen. Ja, genau. Mach mal. Ich habe es doch noch irgendwie geschafft. Warum hast du mich nicht angeschlagen? Weil es in diesem Spiel nur Gewinner gibt, außer die Verlierer, die verlieren. Ja, ich verliere. Boah. Aber weißt du, du verlierst jetzt vier Minuten deines Lebens. Du bist ein richtiger Arsch. Leben und leben lassen. Das ist richtig fies. Das ist ein richtiger Arsch-Move. Ich drücke jetzt einfach weiter Tasten und du bist ein Arsch. Das war richtig, richtig fies. So. Also hier ist die nächste Map, wie man schon mal sieht. Da könntest du jetzt echt gut rein ins Loch schlafen. Na, das ist erst Map 5, ja. Ja und? Schon mal erledigt. Echt Map 5? Das war Map 5, da war ein Schild. Okay. Das wäre ja dann schon mal erledigt gewesen, ne? Ja. Ich finde es trotzdem arschig von dir. Weißt du, was du machen musst? Du musst ihn dann gleich einfach richtig wegtunen. Nein, ich wünsche ihm einfach Grafik-Bugs ohne Ende. Ah, die habe ich schon. Erderben. Oh! End? Ja. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich fünf Schläge besser gewesen wäre. Ja. Oh nein, nicht das schon wieder. Oh. Ich wäre dann mindestens einen Schlag schlechter gewesen. Das kann ich einfach nicht riskieren. Fuck. Ich habe ganz oft das Wasser gehört. Aber dann hätte ich ausprobieren können, ob das davon besser wird. Soll, danke schön. Bitte. Okay, das war zu schön. Nice, du bist geil. Wärst du liegen geblieben, hätte ich dich voll weggepölt. Aber sowas von. Bin ich aber nicht. Kannst du deinen Schläger wieder nicht auswählen? Ah, doch. Mitten durch ist super schwierig einfach. Ja, ich bin auch ausprobiert. Ja, aber ich werde es immer mal ausprobieren. Ja, ich komme da immer hinten durchs Wasser wieder so wie du bist. Ja, ich auch, aber das interessiert mich jetzt, ob ich es schaffe. Kannst du es schaffen, ich glaube. Oh, mittlere Geschwindigkeit. Das erste Mal, als ich an dich gekloppt habe, hast du es auch geschafft. Ziel auf die Stange. Ja, das ja sowieso. Du schaffst es ja nicht nur, wenn du in deinem Ball daneben. Daher dachte ich mir. Oh, der war gut. Du hättest die nicht gesehen. Ja, der war schön. Oh, schade. Ich sag doch, wenn ich an dich glaube, schaffst du es. Ja. Das stimmt. Ich spürst die Kraft in dir, die dich weiterfällt. Danke, Shireen. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das so richtig mit geschafft habe, als einziger. Habe ich auch, mit einem Schlag. Hole in one. Hole in one. Nicht ganz hole in one. Ganz hole in one. Haha, hast du verdient. Schnell rein. Ich hatte schon Angst, dass ich weggepult werde. Halt dich vor. Halt dich vor. Ich habe es jetzt geschafft, zweimal die Blume von meinem Schreibtisch runter zu stoßen. Nein. Wäre ich fast noch in Shiri gefallen. Nein, noch pull mich nicht weg. Oh Gott. Lol. Alle konzentrieren sich hier mega. Was war das denn jetzt? Ah, ich wollte Shiri treffen. Tja. Lol. Guck mal, wo ich hingeblieben bin. Warum bist du nicht weggegangen? Das wird gerade nichts mehr. Warum hat er dich nicht voll weggebürmst? Der ist doch voll richtig durch. Hä? Was ist denn, warum hilft dich der Ball immer irgendwie viel zu stark nach rechts? Dein Ball ist halt rechts. Alter, Alter. Wie bei Secret Hitline. Argerlich. Das ist argerlich. Das ist richtig ärgerlich. Nein, argerlich. Das Problem ist einfach... Was ist denn das für ein... Nein, das geht wieder runter. Wenn ich da oben hinspielen will, dann rollt der erst mal so der Maß nach rechts, als ich gegen die Wand prall. Ich glaube, der Ball ist Hitler. Oh, fucker. Oh, das geht wieder runter. Oh, das wird jetzt aber ärgerlich. Das Spiel ist gerade... Das ist aber ärgerlich. Ja, das ist zweistellig. Das ist schon ärgerlich. Und ich bleib liegen. Ah, der liegt doch schön. Ja. Das schaffst du. Ja. Sag ich doch. Nice. Oh, als einziger zweistellig klingt das auch. Ja, reibt noch Salz in die Hände. Für die nächsten paar Maps werde ich mir jetzt die eine Null da weghauen. Nein. Holy One. Lol, danke, Fräulein. Du hast mich reingeschossen, Holy One. Du Lacker, ey. Sie lackt sich wieder durch, weißt du. Null-Skill, Hauptsache lackt. Das war sowas von, das war alles geplant. Nein, diese Stange braucht so lange, um sich rauszuziehen. Alles klar. Ich bin gerade dann wieder an der Stange. Ja, 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 wir haben es schon verstanden. Nun wieder. Mach mal schneller, du dumme Stange. Habt ihr alles gerade durch die Stange durchgegangen? Ich knall da jetzt mal dagegen. Also ich hab, ehrlich gesagt, noch nicht eingetroffen. Mit Kollision. Achso. Also mir macht das Spaß. Ja, wenn du Leute an... Wenn du du Leute ziehst, du kannst dich halt auch bewusst in den Weg legen. Also Rift Dancer, ich hab dich eben vor der Kanne erwischt, aber es ist nichts passiert. Was machst du heute nicht? Weil du hier halt ja auch in der Fahrt erwischen, also während die noch rollen. Ja, scheiße. All in one. Ja, bei mir nicht, weil meiner nicht gerade geflogen ist. Oh. Lol. Nein, warum ist denn... Ach, das war ärgerlich. Ich wollte dich gerade wegfüllen, ich hab überlegt. Hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab schnell reagiert. Aber ärgerlich, dass du mich nicht reingeschubst, das weißt du? So ein Glück hast wieder nur du. Hallo Glück. Das ist alles, wie gesagt, geplant. Du schaffst das, Adi. Ach, ich hasse so. Aber wer da doch nur ein Zaubertrank, der wird dir helfen. Zaubertrank? Die Hexen tränken. Nee, nee, auf den Scheiß Hexen tränken. Ach ja. Wo muss ich hin? Genau, die Map, bei der man nicht sehen kann, wo man hingeht. Also 90% der Maps. Wobei man kann raus suchen, dann geht das schon einigermaßen. Das war schon krass. Sag mal, warum... Komm, noch ein bisschen. Oh. Schöner Schlag, Adi. Dankeschön. Ja, geh rein. Yes. Nein. Birdie. 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 Also, Cheery 3 ist schon schlecht, ne? Ja, ich wollte euch eigentlich weghauen, das hat noch nicht so gut geklappt. War ein Experiment. Oh, war ein bisschen zu schwach. Ja, die Reibung ist... ...nervig. Nein, nein, nein. Das hat mich jetzt ein Schlag gekostet. Ich entschuldige mich dafür. Och, Cheery. Das war doof. War bei mir richtig schön. Ich lock gerade ein, indem er fliegt so eine Rockschlag. Ja, ja. Bei mir auch. Wir müssen Kollision mehr nutzen. Das ist ja fast ein normales Spiel, oder? Ja, aber ich... Ist das nicht so einzig? Ja, dann soll er gut drauf konzentrieren. Ja, das stimmt. Scheiße. Oh mein... Nein. Das war wieder mal typisch. Ich dachte, das wäre das Hole in One. Das wäre ein Witz. Was ist das denn? Das habe ich mal gemacht. Yes. Eagle. Nein. Ich nehme nur den Birdie mit. Wow. Ade, wo fliegst du hin? Ein bisschen weit, nicht? Nein. Oh, schade. Den Schlag habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Ladies first. Den Schlag, den ich gerade gemacht habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Und dann bin ich einfach nach links und weg. Wow. Okay. Was ist das, dass das jemand macht? Aber liegt ja noch gut. Oh fuck, was mache ich denn da? Oh. Ich kann wieder nicht schlagen. Also da habe ich mir gerade ein bisschen ein IQ geschossen. Oh, das habe ich gut gemacht. Oh, das habe ich gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Ach man. Da habe ich dich echt gut ins Abseits befördert. Ade, komm schon. Oh. Was denn? Ich bin schon zweimal aus dem Loch wieder rausgehauen worden. Oh, der war knapp. Man muss halt auch wissen, was das Minimum ist, was man braucht, ne? Ja, natürlich. Ein gutes Pferd, ne? War einfach dumm, weil ich an der blöden Position eigentlich weggehauen habe. Aber ich hatte Lust, euch beide anzuschießen. Ich habe dich dann nachher auch nochmal angeschossen, also ist okay. Ja, aber du an der sinnvollen Position. Ja, wer kann, ne? Dafür habe ich die zwei Bahnen davor einfach in alle reingeschossen und euch da ein bisschen mitgeholfen, glaube ich. Also bei mir hast du nicht wirklich was verändert. Aber ich bin runtergefallen, also von da. Oh nein. Upsala. Ups, das war zwei. Upsala. Ich kann diese Grasmalb einfach nicht. Upsala. Ups. Ups, was ist das denn? Ups, alle Pfeil sind nicht. Ich sollte das nicht mehr versuchen, ganz ehrlich. Ich bin drin. Geht nie, geht nie, geht nie, geht niemals gut bei mir. Aber es ist witziger. Sieben Schläge, schon nicht schlecht. Ja, aber jetzt bin ich nicht mehr auf dem ersten Platz. Nein! Acht Schläge, schon nicht schlecht. Neun Schläge, wow. Also fast zweistellig, das ist schon, ist schon doof. Man darf halt nichts wagen in diesem Spiel. Boah, lol, what? Wer war das? Okay. Wer war das? Ja, absolut nicht mehr, wo ich hin. Muss man da ins Loch? Ah, nee. Ja, man muss ins Loch. Aber es hat dir nicht geholfen. Für mich ist es nicht so schlimm. Oh, Mann, ey. Nein, warum hole ich denn daneben? Ja, er rollt natürlich rein. Ja, da hat aber auch ein Schlag mehr gebraucht als du. Nice! Oh, Mann. Danke. Ups. Na! Danke! Ich dachte eigentlich, dass... Och, nein! So viel Schwung, bin einfach mal übers Loch drüber geflogen. Oh. Ich dachte eigentlich, die Kollision würde auch mich kollidieren. Och, nein, ey. Oh, was ist das denn? Oh, verdammt. Das ist doch nicht wahr. Ich bin raus. Ach, Chiri, das ist aber jetzt nicht mehr Titel-Rennen hier, ne? Reib mir 14 Punkte auf, ey. Das ist nicht mehr Titel-Rennen, was du hier veranstaltest. So, jetzt war er ganz sanft gegen die Bande. Wenn du den jetzt verkackst, wird es echt peinlich. Aber das kann es ja nicht mehr verkacken. Hast du recht. Ach, schon wieder neu. Oh, nein. Oh, der war zu weit, der war zu weit, oder? Na, nee, nee, nee. Oh, es geht jetzt. Ach, ernsthaft? Ja, man kann nicht alles erwarten, Chiri. Was war das denn jetzt? Ich wollte gerade den Ball schlagen, stattdessen ist die Kamera einfach da oben gegangen. Ah, das hatte ich auch schon. Kann sein, dass du dich zurücksetzen. Ah, doch nicht. Nee, geht. Ich habe so ein bisschen Muffensausen vor der letzten Bahn. Die hat es mir letztes Mal wieder kaputt gemacht auch. Oh, no. Oh! Hole in one. Das war zu viel Schwung. Ach, nicht schon wieder zu viel Schwung. Ach, ich will nicht mehr. Ach, ja, sicherlich, ey. Das war zu wenig Schwung. Ah, Mann, ich hasse das. Das ist das Spiel so abgrundtief. Ja, hast auch noch Glück, dass du da rumrollst. Ade, wartest du jetzt, dass jemand dich reinstellt? Nein, was ist das? Man kann ja hoffen, Ade. Ach, komm, wo ich stehen geblieben bin, das ist einfach nur... Aha. Das ist einfach nur... Man hält ja hoffen. Das ist echt ein Witz. Scheiße. Alles nicht. Oh, nicht die Map schon wieder. Die, wo ich nie geschafft habe? Da bin ich zweimal... Ja, klar. Das klingt, glaube ich, auch zu bremsen. Ich bin hinter dir. Ja, jetzt? Ich bin der einzige, der nicht am Rand liegen. Ja, klar. Sorry. Ja, sicher, ich bin am Anfang wieder. Was soll das? Ja, du hast halt noch nicht wieder geschlagen, ne? Wenn ich andere wegbumse... Ja, aber das war jetzt dein erster Schlag. Du hast noch nicht wieder geschlagen. Das zählt ja auch noch als erster Schlag. Was? Hätte er dich ins Loch geschlagen, wäre das ein Haul in Bann gewesen. Und so bist du mit deinem ersten Schlag außerhalb der Map gewesen. Damit spawnst du am Anfang. Ja, dafür bin ich jetzt drin, ey. Das ist doch verarschend. Tausend, ey. Verarsche, das einfach ist. Schlag ihn weg, Rift Dancer. Das bringt nur bei mir was. Jetzt wirst du aber, was sollt ihr hier? Wenn ich das im Paar schaffe, schaffe ich die ganze Bahn im Paar. Ah, sicher. Er ist das letzte Mal nicht geschafft. Ich hab's hier nur mit Glück geschafft. Hole in one. Ich hasse dich so ab, Grundtieb. Condor. Fuck yeah. Ich weiß nicht, wie man das spielt. Hier unter Paar insgesamt. Das ist nein. Ja, das unterscheidet halt. Also mit Kollision ist halt ein bisschen realistischer, dann spiele ich halt auch besser. Das ist einfach fuck. Ich komm, ich wollte grad sagen, ich komm nicht mehr weg, weil der Ball einfach nur rumhüpft. Ach, jetzt war eines behindert. Das gesamte Spiel ist behindert. Da zeichnet sich einfach auch die Klasse eines Minigolfers ab, ne? Ich hab noch nie einen Minigolf gespielt, ist okay. Du hast noch nie einen Minigolf gespielt? Das ist richtig. Dankeschön. Bitte. Ich hab mich auch rausgeschlagen. Das hilft mir sehr. Ja. Ich hasse diese verdammte Bahn. Ähm, der Salzstreuer ist schon gut bei dir. Wieso dann? Oh, ist das natürlich... Oh, mich lag gerade schon außen auf dem Holzding. Ey, das ist doch so behindert, ey. Ja, sicherlich. Du musst auch mit Gefühl spielen. Ja. Jetzt hab ich ne bessere Position. Vielleicht schaff ich es jetzt. Du musst aus dem Handgelenk kommen. Einfach zack. Ein bisschen näher ran. Ja, geh wieder vorbei. Bisschen weiter weg. Der Trick ist, spiel entweder nach links oder nach rechts und dann zur Mitte hin. Ja, sicherlich. Du darfst eigentlich oben gar nicht gegen die Decke kommen. Das ist der Trick. Der Trick ist... Dass ihr die Klappe haltet. Das war er nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man da raufkommen soll. Ja. Ja, wenn ihr... Wenn ihr jetzt nicht unbedingt so viel der Trick gefragt habt. So wie viel wie ihr jetzt gemacht habt. Ja, genau. So hab ich das schon vorhin tausendmal und dann ist der immer außen wieder abgeprallt. Offenkundig nicht. Ja, der ist außen wieder... Ja, komm Link. Ja, ja, ja. Es war das Loch in der Wand, ne. Es war auch das Loch in der Wand. Ja, welches denn? Das ist auf der Toilette, ist doch klar. Meine Kamera... Lass mich nicht schlagen. Ich kann's schon wieder nicht schlagen. Ach, das ist doch ätzend. Ich kann's schon wieder nicht schlagen. Ach, das ist doch ätzend. Vielen Dank fürs Zusehen, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.